Heute gibt es ein sehr kurzes Video, deswegen spare ich mir hier alles, weil alles Wichtige nach dem Intro. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Vor Weihnachten hatte ich mal an einem Abend ein wenig Zeit und ich habe mir gedacht, machst du mal ein paar Makro Bilder. Und ich habe in einer Tupperdose hier einen Flügel von einem Schmetterling gefunden, den hat mir ein Bekannter gebracht. Und ja, der war picobello in Ordnung, weil er ihn gut eingepackt hat, außer der Rest vom Schmetterling, der hat gefehlt. Und ja, ich habe mir dann überlegt, beim Erstellen der Aufnahmen, ich mache mal einen Flug durch die Vergrößerungen. Und zwar von 1 zu 1 über 2,5, 5, 10, 20 bis 40 zu 1. Am Ende ist das nicht die 100% Darstellung, dann würde das Bild auch nicht mehr so gut sein. Viel Spaß bei diesem kurzen Video, Erklärung dazu, wie das gemacht ist, gibt es nicht, weil gemacht ist es in Premiere Pro. So habe ich es geschnitten und eben animiert, nichts Besonderes, auch nicht perfekt. Habt einfach Spaß und bis zum nächsten Video. Ich danke euch fürs Zusehen. Ciao, euer Sven. Ich danke euch. 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 Ich danke euch.